Hallo Welt, da sind wir wieder mit der letzten Serie im Jahr 2018, der lang versprochenen, schon 2017 versprochenen Serie und die da heißt Zu früh gekommen. ZFG, liebe Welt da draußen, ZFG, in dieser Serie stellen wir Titel vor, die einfach zu früh gekommen sind. Es werden also vor, es werden, es werden vor, es werden, vor allem werden es, es werden, liebe Welt da draußen, werden es. Ja, damit, achso, nein, es werden, das schneiden wir aber nachher raus, liebe Welt da draußen, in Zu früh gekommen. ZFG, stellen wir euch Titel vor, die einfach zu früh gekommen sind, also Early Access Titel ganz genau. Early Access Titel dann aber vielleicht auch schon mal die eine oder andere Demo-Version, denn es ist ja mittlerweile so, dass durchaus auch ein paar Publisher auf den Kanal zukommen und schon mal ein paar Keys dalassen. Schon vorweg, vor der eigentlichen Veröffentlichung des Titels, werden da schon mal ein paar Keys dagelassen und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Nun habe ich eine ganz eigene Meinung von Early Access Titeln, das hört man vielleicht immer mal wieder in den Let's Plays, in anderen Let's Plays also heraus, dass ich da nicht so der allergrößte Fan von bin, von dieser, ja, ich sag mal Marketing-Masche dazu. Was anderes ist das für mich eigentlich heute gar nicht mehr. Und wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so der allergrößte Freund von, aber es gibt durchaus schon sehr viele, sehr gute Early Access Titel. Nun, nicht alle Titel, die wir hier vorstellen werden, die werden hervorragend sein oder die werden schon in einer spielbaren Phase sein. Viele werden wahrscheinlich noch weit davor sein und viel, viel Produktionszeit noch benötigen. Aber so Titel wie, ich kann es ja ruhig mal sagen, Seven Days to Die, das war eigentlich der Ansporn 2017 schon. Ich finde den Titel so großartig, schon in der Early Access Phase und bald sollte ja auch dann die Alpha 17, glaube ich, rauskommen. Nochmal eine ganz große Version mit ganz vielen neuen Erneuerungen. Gibt es auch alte Erneuerungen? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und der hat mich eigentlich 2017 schon darauf gebracht, Kehr, das ist ja jetzt leider Early Access, aber man müsste doch auch dafür irgendwie eine Serie haben. Deswegen war es lange geplant. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe Keys gesammelt. Ich habe Spiele gesammelt. Recherchiert habe ich also in dem Spielebereich, wie es da so mit Early Access aussieht und was es da alles gibt. Viel wurde mir auch von euch nochmal gespendet an dieser Stelle nochmal. Danke für die ganzen tollen Titel. Und ja, um das Video nicht zu lang werden zu lassen, darum geht es in ZFG zu früh gekommen. Und damit haben wir also die dritte und letzte Serie 2018 auch rausgehauen. Ziemlich am Ende des Jahres. Und ich hatte ja schon mal in den Unboxing-Video gesagt, dass ich, eigentlich war es anders geplant. 2019 wollte ich mich ein bisschen distanzieren von der ganzen Gaming-Szene, sage ich mal dazu. Aber das wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich dumme Entscheidung, glaube ich, da das jetzt zur Zeit relativ gut läuft. Nicht nur durch eure Spenden, sondern auch durch Spenden von Publishern und durch andere Sachen, Partner, die da jetzt, Partnerverträge, die da jetzt zustande gekommen sind. Und ja, da wäre das einfach der falsche Zeitpunkt. Ich werde also gucken, dass ich das wahrscheinlich schon zurückschraube. Aber das hat ja jetzt nichts mit ZFG zu tun. Das hat ja jetzt eher was mit 2019 zu tun und was da so auf uns zukommt. Aber nur so viel vorweg. Gaming werde ich natürlich nicht aufhören mit Spielen. Spiele spielen. Verspielt bin ich immer noch und werde ich auch bleiben. Und vor allem, ja, ihr seht das ja, wenn die Serie ZFG zu früh gekommen. Wenn die Ende 2018 rauskommt, dann wird es ja gar keinen Sinn ergeben, die nur für einen Monat laufen zu lassen. Also seht ihr schon daran, dass es noch weitergehen wird mit unserem Kanal und auch zum Thema Spiele, dass da noch einiges passieren wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.